Come on, Felix, es ist ein witziges Game. Wir alle wollen, dass du mitspielst. Nee. Wir beide hatten Geburtstag, nee. Ah, jetzt ist ein Glück und klarträglich. Ah, ja. Mir auch, bitte. Lay it back. Oha. Say it back. Aber du lädst jetzt auch Dinge ins Runter, oder? Du bist dran, dass es... Oh mein Gott, what the fuck. Ähm. Was zum Fick ist da passiert? Ah, ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Ah, ja. It's all coming together. Okay, let's go. Nur da ist scheiße. Okay, okay. Interessant. Digga, ich Art Project. Mitri hat der scheiße analysiert. Ah, das wäre... Falsch. Mitri. Nicht deutsch, du Huren, oder? Ah, fast. Fast. Sorry, oh, schiegel. Fast. Ich hatte fast erraten. Digga. Ja, Alter. Nein, Junge, warum? Nein, in Hand. Äh, sehr gut, sehr gut. Bye, Chris, Felix. Also, was hier passiert ist, ähm, ich hab mich da verlesen. Ich hab statt schießt, scheißt gelesen. Also, ffff. Ja. Ich glaub, meins ist richtig gut geworden, mein letztes. Digga, was? Schießt auf Murat, ich hab mich verlesen. Ich hab mich verlesen. Ich hab mich verlesen. Ich hab mich verlesen. Oh, nein. 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 No. No. Kiss me on my heart now. Digga, warum mal ich hier die ganze Zeit Softcore-Pornos mit euch, Junge? Creator. Das ist gut. Hab ich falsch vermutet. Mitri. Jetzt kommt's, Junge. Jetzt kommt's. Ich hab mir voll viel Mühe reingestellt. Ich hab's richtig erraten. LOL. Was zum... Was... Hä? Why you bully me, everyone asking? What the fuck, Alter? Man, hört auf mich zu mobben. Was soll das? W-wärst du fertig? Okay, ich bin fertig. Okay. You, why you bully me, you... What the fuck? Du darfst dich so einbinden. Ich hab mir auch mies Mühe gegeben. Du hörst? Was? Huch und Sohn. Boomer. Mit... Ah. Oh, du... Oh, du... Oh, du... Oh, du... Ninja Wizard Fanboy Clown. What the fuck, Junge? Wie kommt ihr aus so'n Scheiß? Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Was? Man, warum müsst ihr mich immer mobben, Junge? Oh mein Goaht. Junge. Das ist so scheiße. Immer mobbing Opfer. Echt so... Das war your mama day. Das ist fein. Das ist echt gut geworden. Oh mein Goaht, was? 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 Not again, man. Come on. Junge. Oh shit. Ach so. I fucked up. Hello, your computer has fighted. I fucked up. Oh, so tough. Boah, der... Das ist eine wunderbare Szene. Echt so. T-Fighter, hallo? Sieht man das nicht? Nein. Hä? Ey, also ich finde, Dennis hat einen T-Fighter gut gezeichnet. Ist schon richtig. Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Boah, ich weiß, was jetzt kommt. Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Oh mein Goaht. Ich wusste, was alles heißt. Dennis kommentiert, man. Endlich. Ich bin stolz. Wicht ins. Bis zum nächsten Mal.